So Leute, die Sonne lacht und ich bin mein Trave-Tattoo im Hansering. Ein bisschen abseits gelegen von der Innenstadt, aber eine Empfehlung, weil Frank wirklich ein ganz netter Kerl ist, der Inhaber. Und zu dem gehen wir jetzt rein. So, ich gucke mir gerade Frank seine Arbeiten an, während ich warte. Er hat nämlich noch einen Kunden und die Zeit verbringe ich hier mit. Richtig schicke Sachen hier. Ihr dürft gespannt sein. So, da sind wir. Das ist Frank, der Inhaber. Moin. Moin. Der wird uns jetzt erzählen, was Trave-Tattoo macht und wie das hier läuft. So, Frank, erzähl. Seit wann gibt es dich hier? Ich bin seit 2011 jetzt hier im Hansering und immer beständig hier. Das ist eine schöne Ecke hier. Okay. Ich habe hier nicht so viel Laufkundschaft. Es ist hier eine sehr entspannte Atmosphäre. Schön. Ich nehme ja auch Zeit für eure Beratung, damit jedes Tattoo wirklich individuell wird für euch. Kurzfristige Termine könnt ihr bei mir bekommen. Sehr schön. Ja. Super. Also wie gesagt, ich habe mich mit Frank vorhin auch schon unterhalten. Läuft hier alles sehr entspannt ab und ihr seid herzlich willkommen. Jetzt sind wir hier in den Stechräumlichkeiten. Und Frank hat auch ganz geile, besondere Maschinen. Erzähl mal was darüber. Die sind so schön mit so einem Anker drauf. Ja, das sind handgefertigte Maschinen, die ich in Bayern bestelle. Das war immer ein Tätowierer, der hatte keine Lust mehr zu tätowieren und hat gesagt, er baut sich jetzt seine Maschinen selber. Okay. Das ist echt ein schönes Ding. Dann hat er sich hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, wie die aussehen könnten, wie die aussehen sollen. Ja. Und dann hat er individuelle Maschinen gebaut und bei denen bestelle ich meine. Und die laufen super. Schön. Und auch sehr verbunden mit der Hansestadt. Nicht schlecht. Ja. Modell Hamburg nennt sich das. Modell Hamburg. Na ja, gut. Wir nennen es Modell Lübeck. Ja, das war mein Besuch bei Trave Tattoo im Hanseringen. Danke Frank. Danke für die Gastfreundschaft. Und ja, wie gesagt, wenn ihr vorbeikommen wollt, kurzfristige Termine sind auch möglich. Richtig geile Arbeiten nur zu empfehlen bei Frank. Tschüss Frank. Danke. Tschüss.